Moin Moin und willkommen zu einer kurzen Ankündigung. Ihr habt es vielleicht schon bei anderen Kanälen gesehen. Ich hoffe, dass jetzt demnächst auf vielen verschiedenen anderen Kanälen ein ähnliches Video so oder anders folgt. Bei Fixarius habe ich es zum Beispiel schon gesehen und da möchte ich jetzt natürlich auch nachreichen. Die große Pen & Paper Tube Umfrage. Ja, wir haben ein Netzwerk gegründet, so habt ihr es vielleicht schon gehört oder ihr erfahrt es jetzt von mir. Und wir möchten jetzt gerne in unserem ersten Schritt erfahren, wen wir überhaupt vor uns haben. Wer gehört zu unserer Community? Wen können wir vielleicht noch dazu gewinnen, indem wir dann einfach andere Dinge anbieten oder eben auch nicht anbieten? Was möchtet ihr von uns? Also es gab niemals die Möglichkeit, so toll mit dem Creator dann in Verbindung zu treten. Ihr könnt natürlich auch jederzeit Kommentare schreiben, aber hier möchten wir einfach mal ein kurzes Umfragebild von euch allen abholen. Und da dann einfach unten mal bitte in die Beschreibung schauen. Ich habe das unten in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr euch dann diese kurze Umfrage ansehen. Da einfach mal ganz schnell, ja, kleine Kreuzchen reinklicken, je nachdem wen ihr kennt, wen ihr nicht kennt. Und dann, naja, am Ende habt ihr noch die Möglichkeit, irgendwas mitzuteilen. Das könnt ihr natürlich auch immer tun. Und dann drückt ihr auf Senden. Also ganz kurz gemacht. Das dauert, wie gesagt, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten. Müsste ich das kurz durchlesen. Aber das ist sehr kurz, wie ihr das hier erkennen könnt. Und ihr würdet uns damit unglaublich helfen, sowohl was über euch zu erfahren, als auch zu wissen, wie es bei uns weitergehen könnte. Ja, also dementsprechend, wir haben ein großes Netzwerk gegründet mit YouTubern. All die Kanäle, die ihr dann hier quasi unten seht, das sind eine ganze Menge, die gehören dann quasi zu diesem Netzwerk dazu. Und wir würden uns, wie gesagt, freuen, wenn ihr da mal mitmachen würdet. Ja, herzlichen Dank und wir sehen uns dann beim nächsten Video weiter, was auch immer es wird. Bis dann, ciao.